Einen wunderschönen guten Tag lieben und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Sandland. Wir müssen hier die Rebellenbasis noch ein bisschen abforsten und mit den Leuten hier reden. Entschuldigung oder Entschuldigung? Sorry! Okay, okay. I think that's enough. By the way, do you know anything about the Flying Fortress Garum? Well, I'm just a new recruit, so I can't say I know much. Udo says activating it would be like restarting the war that nearly destroyed the world 50 years ago. Wow. I have a hard time seeing it as some terrifying doomsday weapon, but if Udo says so... So it's capable of destruction that would make the bomb that all but wiped out the peachy look like a firecracker. Ja, das wäre scheiße. So ehrlich können wir sein. Das wäre scheiße. Naja. Der nächste. Remember me? Not really. It's pretty hard to tell all you humans apart. Hmm, hmm. So demons have difficulty distinguishing humans, do they? What are you doing? Taking notes? Well, um, you know, knowledge is power. Especially for wimps like me. If you're weak, what are you doing in the Resistance? I'm a royalist. I want King Jam back in charge of this country. Everyone here would say the same. And that's reason enough to lay down your life for him? I'll never understand humans. Hmm, fascinating. So demons struggle with the idea of self-sacrifice. Why, that's not true at all. I'd gladly give my life for King Lucifer. What about for me? Uh, I suppose I'd at least lay down my whiskers for you. Okay. Probably should have seen that coming. Ah. Fehlt noch einer. Ah, shit. Ganz am Anfang. Du da. Bien, where's Longo? What's wrong? You look agitated. We found the princess. What? Say no more. Longo's in the command center. Heard that, Prince? Let's go see Longo. Sure. Okay. Dann gehen wir zum Longo. Können wir wieder nach oben gehen. Wir machen es denn auch hier. Alter, die verfolgen uns die ganze Zeit. You said you found Dan? Yes. Rosetta's tank brigade has stopped at End Mill Base, to the northeast. The resistance will set out in pursuit with all possible haste. If you're willing to let us a hand, please head to the base as well. All righty. Machen wir doch. Triff den Widerstandssperr. Sehr gerne. Ah, shit. Das geht noch nicht. Oder nicht? Ah, wahrscheinlich erst nach der Brücke. Oder auf der Brücke. Auf der Brücke. Okay. Ja, dann. Auf geht's. Buh. Guita. Gähne noch nicht. Noch lange nicht. Komm, fahre. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Salpeter, Bleierz und Eisenerz. Okay. Nicht schlecht. Neue Materialien. Komm mal hier. Easy. Geh weg da rau. Äh. Oh, wait a minute. Ja, das werden wir wohl rausfinden müssen. Ach, die Scheiße. Warte mal. Ja, jetzt brauche ich einen Panzer. Ab, ab. Na los. Easy. Da nehmen wir wieder das Motorrad. Danke. Was ist das? Ein Fliegenpilz. Das Auto, okay. Nice. Dann nehmen wir wieder das Motorrad und weiter geht's mit der Spritztour. Wo ist denn dieser Speer? Wo versteckst du dich? Äh, warte mal. Ja, fuck. Come on. Da. Ja. Geht doch. Ist doch alles easy hier. Guck mal. Warte, warte, warte. Ja, genau. So. Wollt ihr nur das Material mitnehmen? Da. Weiter, 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 weiter. Immer weiter. Noch eine Höhle. Das ist eine Rettungsmission? Oh ja. Lass den Scheiß. Okay. Haben wir's? Ja. Okay. Müssen wir euch noch die Belohnungen mitnehmen? Für den Panzer noch was? Sehr gut. Hm. Gutes Material. 300 Meter nochmal. Dieses. Okay. Ist schon der richtige Weg, oder? Keine Ahnung. Denk mal, schon mal vorhin. Ich muss halt nicht gegen jeden Soldaten kämpfen, oder? Ja, das ist jetzt hier ein bisschen anders. Was? Robert. Ja, doch. Okay. Und ab. Für was außenrum gehen, wenn ich so eine Abkürzung nehmen kann. Ja, jetzt gerade nicht. Jetzt ist es gerade schwierig. Oh, da ist einmal eine Kiste. Guck mal. Okay. Ich bin Wüstenbuggy. Hier ist das Wasser. Schön. Wunderbar. Und zurück aufs Motorrad. Alter, das ist ja mal ein Lager. Jesus. Das sind die Speer. Die Swimmers. Wow. Wow. Ich wusste, dass du kommen würdest, Herr Beelzebub. Du wirklich warst. Du hast wirklich ein Problem. Du hast ein Problem mit dem? Hm. Was ist die Situation? Was ist die Situation? As bad as it could get. Supreme Commander Bread just arrived at Endmill Base. Wir glauben, er ist da, um zu nehmen. Es ist die Besuchung, dieратige Frau von Anne. A missing princess suddenly returned a decade later. Ich bin sicher, wie das würde meriten die attention des Supreme Commander himself. Was passiert wenn er mit ihm her ist? Sie werden eine Figur, um die Legitimität der Brede zu machen. Oder sie werden eine Schapegoat, um die Menschen gegen die Royalisten zu machen. Insofern wird sie nichts, als ein Paar. Dann müssen wir die Prinzessin zurückkehren, schneller als später. Die Brede hat sich auf eine hohe Angelegenheit seit Brede zu kommen. Wir haben keine Chance, wenn wir sie versuchen, sie hinzubekommen. Herr Rao, wie würdest du diesen Problem approachen? Simple. Divide and conquer. Wir haben die Blocke von unseren Fortschritten auf den Angriffen, als eine kleine Krak-Squad sneaks in, um sie zu retten. Ich dachte, die gleiche gleiche Sache. Aber wer sollte für die Stealth-Operation wählen? Du willst eine Krak-Squad? Du kannst nicht mehr Krak-Squad werden, als die Schwimmers. Ja, für Schwimmig. Du willst eine Krak-Fighter? Ja, komm zu mir! Wir haben keine Zeit. Ich wähle die Krak-Squad. Ich wähle die Krak-Squad. Ich wähle die Krak-Squad selbst. Mr. Rao, du kannst die Krak-Squad? Natürlich. Ha! Sie? Lengocho-Shiva, nicht du! Und nicht du, nicht du. Wir können nicht mehr lange dauern. Es ist Zeit, zu gehen. Udo, Horto, stir auf ein Racket und wir müssen die Krak-Squad. Ja, Sir! Ah! Ich dachte sicher, dass wir diese Krak-Squad werden. Wir gehen raus. Okay. Infiltriere die Endmill-Basis. Wir müssen da noch ein bisschen hochgehen, für eine bessere Aussicht. Was ist denn da hinten los? Aha. Ja, die sollen ruhig kämpfen. Wir sehen uns morgen wieder. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hab einen schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. ki? In diesem Tag. Ist das ... Ja, eine Gegend. Bist du es ja sicher dabei waren! Warte, Sie werden es München auf jeden Container und in jeder Buse. Wie! Das ist ein Sinn für den Z섯en.